So, jetzt kriegen wir wieder Leben Wat? Oh ne, sei noch nicht anspringen kann, ok weg 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 Was? Ähm Sie hat nie eine Erbung schon ausgedrückt Ah, die wilden Hmm Okay, bringt nichts Ich finde ja irgendeine Pfeile, oder? Sind irgendeine Pfeile irgendwo hier? Sind irgendeine Pfeile da? Das heißt, ich muss ihnen machen, irgendjemand auszup- da Pfeile Ja Ganz ehrlich? Das ist... Oh, scheiße, ich bin schon tot Nein! Nein! Ich war im Klicken, das ging zu schnell Oh man, das ging zu schnell Ich war im Klicken drin Oh, das ist doch fies Fehlgeschlagen, weil ich gar kein Klicken war Einer meiner alten Häuptlinge, der Eisenreiter Vermochte es, Karagor ganz instinktiv zu verstehen Tatsächlich war er mehr Tier als die anderen Oruks Und jedes Tier kann folgen, wenn man das richtige Zaunzeug besitzt Okay, hier ist ein Karagor gleich Eingang Ähm, ja, muss man den Turm hoch Ah, das war's fies, ey Ich habe schon gedacht, ja, super endlich Ah, das war's fies Ah ja super, sie hat einen Raum geschlagen ist das auch? ja, der Käfig ist ja nicht was? das war Mordos beste Karagor, für die Jagd und den Krieg geschaffen wer diese Karagor befreit hat, wird mit Sicherheit ihr nächstes Futter ja 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 ich weiß doch ich lernte auch von ihnen lernte dass mein blutrausch wurde dann gestillt ich habe keinen Fall mehr um das Gift die Giftwalle zu aktivieren ich habe genug gewartet was das war das war der König schon wieder ok letzte zweite Chance ich muss weg ich muss weg hier ich brauche Pfeile ah hier seid ihr blind? schon wieder ich glaube es nicht ey wird immer schneller er trifft mich einmal ok jetzt habe ich keine Chance mehr gekriegt boah der ist heftig der ist echt heftig dem darf man sich nicht zu oft in Nahkampf bringen ok das heißt ich muss auf Empfehlung arbeiten dem ich muss den rund kiten das kann langer Kampfer werden der Eisenreiter vermochte es Karagor ganz instinktiv zu verstehen tatsächlich war er mehr Tier als die anderen Uruks und jedes Tier kann folgen wenn man das richtige Zaunzeug besitzt ok ok Oh, 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 oh. So, jetzt kommt er. Ah, noch mal, was hat er für Schwächen? Weichschädel, aber er schöpft. Ist nach einem Schuss in den Kopf benommen. Ist zeitweise benommen, nachdem seine Wut abgeklungen ist. Okay, das heißt, wenn müssen wir ihn mit Feilen behaken. So. Oh, wo sind seine Kumpanen? Mächtiger Schuss. Okay. Okay. Ja. Ja. Okay. ich hoffe mal ich kann den da oben jetzt der kann ich nicht brechen wir so nicht was ich hätte nein ich glaube es nicht ich glaube es ja nicht nein welcher habe ich denn jetzt mit dem stufe 31 ich habe gedacht ich kann gar nicht beherrschen okay noch mal das war gar nicht so schlecht idee vielleicht geht's klappt sie wieder so oh man so jetzt gehen wir durch die Stadt ich hoffe zu wenig ah hier sind feier sehr gut ein das ist für ein das war das war das war für die jagd und den krieg geschaffen wer diese karago befreit hat wird mit sicherheit ihr nächstes so halt wieder hoch, komm der von dem dach komm, gib dem dach hier weg Okay. ich bin gespannt was jetzt passiert kommt er hoch greifen wir an bis er bricht weil es steht sogar so da nicht es 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 Was ist das? ja 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 glaube ich auch auch der Tuch Oh nein, aber leider nicht der alleine. Okay, kann ich nicht übernehmen. Rekrutieren. Rekrutieren für mich beide Campen. Escape. Oh, was? Mein Gott. Seid von mir wie eine faule Frucht zerquetscht zu werden? Mhm. Ja komm, ist halt weg Ja, tut mir leid So, jetzt kommt der Meister dann Weil er macht diese Angriffe Blitzgeviter, das uns verbündet Ja, scheiße Sehr gesund Boah, ich war schon am klicken, ey Das war echt knapp, ey Ich war schon am klicken Ich konnte nichts mehr ändern Mehr, oder? Aber jetzt Oh, ich hab's geschafft Boah, scheiße Boah, wie schnell ging das jetzt? Boah, krass, ey Vielen Dank fürs Zusehen Die heutige Folge ist leider zu Ende Aber es geht weiter Mit einem Abo Verpasst hier keine weitere Folge Bis zum nächsten Mal